Früher wussten die mit 16 nicht, was sie beruflich machen wollen. Heute wissen sie nicht mehr, was sie sind. Flash. Flash. Nee, aber in solchen Sachen. Ich meine, guck mal, auch dieses ganze Framing. Bist du im Krieg für Waffenstillstand, für Verhandlungen, bist du automatisch ein Putin-Troll, ein Putin-Versteher, ein Kriegstreiber, ein Nazi und du denkst dir, in welcher Welt? In welcher Welt bitte? Oder ein Antisemit. Oder ein Antisemit. Ja. In einem Ostkonflikt bin ich ja gar nicht drin. Da habe ich ja von Anfang gesagt, da werde ich mich null mit beschäftigen. Ukraine, Russland reicht mir schon. Wobei Ukraine, Russland, da hast du sogar noch einen besseren Überblick. Da sind die Strukturen auch so ein bisschen deutlicher zu erkennen. Aber in einem Ostkonflikt, alter Schwede, das ist zu viel für mich. Da will ich auch gar nicht mit rein. Und ganz egal, wie du dich positionierst. Erstmal, du weißt nicht, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wenn man es überhaupt in richtig und falsch einteilen kann. Und dann, ganz egal, was du sagst, du hast eh die Arschkarte. Weil das sind so hasszerfressende Parteien, beide Seiten. Nicht Kriegsmitglieder, sondern hier die Leute, die jetzt eine Meinung haben. Und ganz egal, wem du was sagst, du bist sofort unten durch. Ja, deswegen braucht es sich ja nicht überall positionieren. Aber dieses, dass man für Frieden ist, das sage ich ja, ich bin ja dafür keine Seite. Ich bin einfach dafür, dass die sich an einen Verhandlungstisch setzen und ein Friedensabkommen verhandeln, was auch realpolitisch nicht so schwierig möglich wäre, wenn die beiden Seiten von ihren Maximalzielen ablassen würden. Und das ist dann eine gewisse, ich will da jetzt nicht zu weit inhaltlich eingehen, habe ich gestern mit Marcellus Wallace gemacht. Aber auf jeden Fall, ja, alleine dafür wird man ja schon angegriffen, dass das Hamas-Propaganda oder sonst irgendein Schwachsinn wäre. Ja. Wenn man die Position vertritt, die die Mehrheit aller, also wirklich, das ist die Position von der Mehrheit aller Nationen in der UN. Das ist nicht irgendeine abseitige Randmeinung oder so. Ja. Ich verstehe es auch nicht, ganz ehrlich. Also, wer Friedensziele negativ wiedergibt und sagt, du hast irgendwelche negativen Absichten und so weiter und du bist, weiß ich nicht. Ich verstehe diese Menschen nicht. Und es macht mich auch momentan so ein bisschen ohnmächtig fast schon, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und wir sind hier jetzt echt nur auf Twitch, ist das hier so eine, so eine, ja, eine unbedeutende kleine Ebene, aber da fängt es ja schon an. Wie gesagt, du bringst irgendwelche Sachen auf den Punkt, du sprichst Wahrheiten aus und wirst dafür gebannt. Wow. Wow. Ja, wie gesagt, das ist das Problem. Und wir waren ja bei der Frage, wie stoppen wir das? Und wir hatten schon für uns selbst, einfach offen für Diskurs sein, einfach niemanden ausschließen, auf diese Kontaktschuldvorwürfe nicht hören. Und institutionell, der Staat müsste eigentlich das Gegenteil von dem machen, was er aktuell macht. Also, aktuell kommen ja neue Zensurgesetze, Netzwerkdurchsuchungsgesetze, DSA. Und wie gesagt, die Grünen fordern schon Gesetze gegen Desinformation. Da müsste man halt Gesetze machen, die dafür sorgen, dass Plattformen nicht einfach Leute bannen dürfen, dass sowas verboten wird. Das könnte man politisch beschließen, wenn es wollte. Und dass die Algorithmen von Plattformen offengelegt werden müssen und neutral gestaltet sind. Also, dass sie nicht politische Meinungen oder so als Grund dafür nennen können, beispielsweise Leute zu Shadow bannen oder Leute anderen Leuten nicht mehr anzuzeigen. Sondern, dass wirklich nur ganz fundamentale Faktoren, Watchtime, Klickrate, was weiß ich, so fundamentalen Faktoren, die dürfst du in den Algorithmus einbinden. Aber welche politische Meinung hat das jetzt? Oder gehört das jetzt zu einem großen Netzwerk? Ich meine, es werden ja auch bevorzugt Videos von großen Nachrichtennetzwerken oder beispielsweise von Funk vorgeschlagen. Also, das sollte keine Rolle spielen. Ja, das wäre optimal. Aber ich sehe da keine Chance. Ich meine, weil wir selbst, wenn es schon bei dem kleinen Mann oder bei der kleinen Frau halt schon nicht richtig funktioniert, dass man sagt, ne, pass mal auf, die rede ich nicht. Ne, rede mit dem nicht, der ist doof. Da fängst du ja schon an. Und du hast ja auch gesehen, zu Covid-Zeiten, du hast so viele Talkshows und so weiter, aber es gab da nie irgendwie jemanden, der wirklich gesagt hat, ne, die Maßnahmen, also jetzt nicht richtige, vernünftige Kritiker und auch vielleicht Experten, die so eine andere Meinung haben. Ne, nicht so irgendwelche Schwurbler, die sagen, ey, die Erde ist eine Scheibe und wir werden alle mit, weiß ich nicht, mit, keine Ahnung, wir werden zur Hälfte ausgerottet mit der Impfung und so weiter. Wir wollen ja, sowas will man ja nicht sehen. Das verstehe ich auch, dass man sich solche Leute nicht einlädt. Ne, aber ich erinnere nur, falls ich erinnere es, Streeck. Streeck, der war schon so, dass der größte Gegensprecher in dieser Pandemie und du hast gemerkt, jedes Mal, jeder einzelne Satz, den hat er sich vorher dreimal überlegt in den Talkshows. Das hat man sofort gemerkt. Und trotzdem wurde es ihn jeden Tag, jedes Mal am Tag drauf irgendwie in der Bild oder so komplett, komplett verdreht ausgelegt. Ja, sowas darf nicht sein. Sowas darf nicht sein. Du darfst keine Angst haben, eine Meinung zu haben. Mein Internet schwirrt langsam wieder runter hier. Sollte ich gleich mal kurz weg sein? Das ist mein Internet. Ja, ich hatte dich eben auch ein paar Mal so ein bisschen verkürzt gehört. Ich weiß nicht, wie das für die Zuschauer in meinem Stream war, aber du erleuchte dich noch um so lange. Jetzt vom Vodafone. Ja, aber Corona-Pandemie, meinst du, da wäre es so viel schlechter gewesen, wenn man wirklich ein paar extremere Positionen in Talkshows gehabt hätte? Also jetzt nicht dem String, sondern wirklich jemand wie Wolfgang Wodak. Also ich würde sagen, wenn man damals den Diskurs sehr breit gehalten hätte, dann wäre die Gesellschaft vielleicht nicht so gespalten gewesen. Weil die Leute sind ja schon wegen Streeck dann auf Twitter ausgerastet, wenn da wirklich so jemand, und wer deutlicher formuliert hätte, da gewesen wäre, dann wären die Leute nicht wegen Streeck ausgerastet, sondern dann hätten sie gemerkt, okay, so breit ist der Diskurs, wären sie vielleicht wegen Wodak ausgerastet, aber dann wäre der Diskurs viel breiter gehalten gewesen. Selbstständlich. Ja, dann, du weißt, was ich meine, oder? Ja, also es wäre definitiv weit besser gewesen, auch innerhalb der Gesellschaft, wenn vor allem das gemeine Volk, was ja immer wieder alles hinnehmen musste, die nächsten Maßnahmen, die nächsten Schritte, hier und dort, die mussten ja alles hinnehmen. Und sobald irgendjemand mal irgendwas gesagt hat, was halt nicht dem Narrativ entsprach, Narrativ heißt jetzt nicht irgendwas Ausgedachtes, sondern es gab ein Narrativ. Das muss jetzt nicht mal negativ sein. Wurde sie dann aber sofort geframed als kompletter Spinner, Schwurbler und so weiter. Man hat dir komplett deine eigene Meinung, man hat deine Autorität komplett untergraben. Ganz egal, welche Position du hattest, wie viel du verdient hattest, wo du gearbeitet hast, komplett deine Autorität wurde komplett untergraben. Und das macht mit einem Menschen natürlich was. Und du hast ja gesehen bei Wodak, der wurde ja am Anfang noch interviewt und dann hat er, ich weiß nicht, wo der war, der war in irgendeinem, der hat sämtliche Positionen verloren und so weiter. Der hat ja vorher irgendwie auch Aufklärung gehabt für, ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Und der wurde ja so schnell als Schwurbler abgestempelt. Ja, oder wie es auch alle hießen. Und ich finde, hätte man da gesagt, dann pass mal auf, wir diskutieren jetzt ganz normal. Du kannst ja auch weiterhin sagen, das ist alles doof und wir können sagen, nee, das ist alles richtig. Aber wenn wir Bürger wirklich gesehen hätten, pass mal auf, da gibt es tatsächlich eine Plattform, in der man auch sich austauschen darf. Dann wäre so diese ganze, hey, was machen die da oben? Die wollen uns alle eine Meinungsdiktatur aufdrücken und so weiter. Das wäre nicht so laut geworden. Ja, in deinem Chat schreibt gerade Randnotiz, Wodak extrem, wobei Wodak hatte doch überall recht. Ich war während Corona, habe mich damit leider nicht so genau beschäftigt. Das war jetzt nur ein Beispiel für jemanden, der sich deutlicher geäußert hat als Hendrik Streeck. Ich weiß nicht, wo er recht hätte. Mein Argument war nur, man hätte ihn halt, also er war jetzt ein Beispiel, mit in den Diskurs einbeziehen sollen. Also das, ja, das war jetzt nur eine Forderung von mir. Völlig egal, ob er jetzt recht hatte oder nicht. Wie gesagt, ich habe mich danach im Nachhinein nicht so groß mit beschäftigt. Das, was ich dazu gelesen und mitbekommen habe, war schon, okay, ja, der Diskurs wurde eingeengt und es wurde ins Zerrbild vermittelt, sowohl was die Wirksamkeit der Maßnahmen als auch was Wirksamkeit und Nebenwirkung der Impfung betrifft. Aber ja, das ist das, was ich mitbekommen habe. Ja, aber wie gesagt, deswegen kann ich mich jetzt zu Corona gar nicht groß inhaltlich äußern. Nee, am Ende des Tages ist ja auch immer wieder so, das habe ich auch damals gesagt. Es kam ja auch immer wieder dieses Jahr, du glaubst, du bist auch Experte. Hast du irgendwie Virologie studiert? Bist du irgendein Doktor? Bist du irgendwas? Ich so, nein, bin ich nicht. Ja, dann kannst du auch nicht mitreden. Ich so, okay, und wo hast du studiert? Ja, ich auch nicht. Aber Drosten hat das gesagt. Ich so, also glaubst du auch einer Person, die es weiß oder wissen sollte? Also hast du doch nicht mehr und nicht weniger als ich in der Hand dein Glauben an einen Experten oder an einen vermeintlichen Experten. Warum darf man dann halt sich da die Meinung nicht austauschen? Und dann heißt es, ja, aber die Leute haben doch Angst. Ich so, ja, aber die Kritiker haben doch auch Angst. Vielleicht unter anderem auch andere Ängste, wie gesagt, die Spaltung der Gesellschaft und dieses, wann hören die Maßnahmen auf, wie weit gehen die Maßnahmen noch? Das sind ja natürlich auch Ängste gewesen. Oder hey, jetzt haben wir die Maßnahmen, jetzt darf ich meine Oma im Altenheim nicht mehr besuchen, weil die Gefahr besteht, dass ich sie anstecke. Sie macht aber nicht mehr lange und sie sagt, pass mal auf, isolier mich in irgendeinen Raum für den Rest meines Aufenthalts, wie ich lebe, aber lass mir den Besuch. Und auch das wurde natürlich nicht gemacht und wie viele sind dann halt auch einsam tatsächlich da auch verendet. Allein auch schon durch diese Trennung von der Familie und so weiter, was auch nachgewiesen wurde. Und all solche Sachen. Aber diese Angst war komplett irrelevant. Es gab nur diese eine Angst, die Angst vor dem Virus und die Angst vor dem Massensterben und so weiter und nur das war eine akzeptierte Angst. Und dieses Ausgrenzen und diesen Diskurs und ich habe es ja im eigenen Lab auch damals erlebt. Ich meine, was habe ich mir zu Schulden kommen lassen? Ich habe auf Facebook diskutiert. Ich war auf keiner Demo. Ich habe alle Maßnahmen mitgemacht. Ja, und ich habe mich nicht impfen lassen. Okay. Ja, aber ich war sowas von regelkonform. Ich habe nur auf Facebook habe ich diskutiert und habe auch da zu hören bekommen, man sollte die Arbeit wegnehmen, man sollte die Kinder wegnehmen, man sollte auch die Sozialleistungen verweigern, man sollte dich aussperren, man sollte, du dürftest niemals mehr in eine Gesellschaft. All diese Sachen, es war doch da. Ich habe es doch im eigenen Lab erlebt. Und das ist eine komplett andere Angst, die man hat. Und das ist eine reelle Angst. Und dass man dann auch irgendwann mal wirklich so komplett in dieselbe Schneise schlägt und dann auch irgendwelche Sachen von sich gibt, die komplett absolut nicht okay sind. Aber das wurde nie akzeptiert. Und das ist bis heute noch so. Die Leute wollen bei anderen Meinungen den Diskurs verbieten, Leute wegsperren, die Plattformen hier jetzt aktuellen, Twitch und so weiter. Wann ändern wir uns wieder? Ich hoffe, unsere nächste Generation und die übernächste Generation ist mal wieder so ein bisschen vernünftiger und diskursbereiter. Ich weiß es aber nicht. Ja, ich glaube, das hat gar nichts mit der grundsätzlichen Lebenseinstellung von Menschen zu tun. Ich meine, die Bundesrepublik, wann ist die entstanden? Die ist nach dem Zweiten Weltkrieg, also die ist nach zwei Weltkriegen nach Nazi-Diktatur entstanden und trotzdem war die Bundesrepublik der 60er bis 90er Jahre, okay, auch da gab es Berufsverbote, will ich jetzt gar nicht verschweigen. Trotzdem war die wesentlich freiheitlicher, offener, es gab einen freiereren gesellschaftlichen Diskurs als das, was wir heute erleben. Ja, absolut. Nur weil es gerade schlimm ist, heißt es nicht, dass es nicht besser werden kann. Wie gesagt, in welchem historischen Kontext ist die Bundesrepublik entstanden und zu was hat es sich entwickelt? Es gab ja hier in der Bundesrepublik auch nie so eine McCarthy-Ära, wo massenweise Leute aus dem öffentlichen Dienst weggesäubert wurden, wie beispielsweise in den USA. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Nur, was ich beobachte, jetzt bin ich auch schon alt genug, dass ich sagen kann, pass mal auf, ich habe auch noch irgendwo bewusst diese Zeit miterlebt, damals in den 90ern, dass man halt in den Diskurs gegangen ist und so weiter und da gab es sehr viele Talkshows und Diskussionen und so weiter und so fort. Die Leute, die jetzt wirklich aktiv sind, das sind ja eigentlich sehr junge Leute teilweise und die sind ja halt quasi in diese jetzige Zeit quasi reingeboren, die kennen es ja gar nicht bewusst anders. Ja, die haben vielleicht noch so das Ende dieser Ära so halbwegs als Kind miterlebt, aber halt auch nicht bewusst und dann so dieser einseitige Diskurs, ist und dieses schnell abschneiden und vermeiden und die Plattform und so weiter, damit sind sie ja groß geworden und das ist etwas, was ich gruselig finde. Sie kennen es nicht anders mehr. Ja, das ist... Ja, und da ist jetzt die Frage, wie entwickelt sich das und wie gesagt, für uns ist es dann wichtig, Meinungsfreiheit hochzuhalten, dann auf institutioneller Ebene Institutionen, die dazu gemacht sind, Propaganda zu machen, die dazu gemacht sind, den Diskurs einzuschränken, wie diese ganzen Thinktanks, die unter dem Label Demokratie leben beispielsweise laufen oder Kampf gegen Rechts oder sowas, dass denen komplett die Finanzierung entzogen wird und jetzt ist doch die Frage, wie geht man mit Institutionen um, die gegen den freien Diskurs gerichtet sind. Wie? Du hast gerade schon Einseitigkeit in den Medien angesprochen, meiner Meinung nach dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den wir alle finanzieren müssen. Ja. Aber selbst wenn du sowas sagst, bist du ja schon wieder am Anschlag, wenn du sowas erzählst. Du hast ja nicht mal irgendwie die Möglichkeit zu sagen, da will ich gar nichts zahlen, ich will sowas gar nicht finanzieren. Aber ich muss finanzieren. Was darfst du sagen? Du darfst sagen, ich will das nicht, aber du darfst nicht dazu aufrufen, das ist nämlich Aufruf zur Straftat. Ja, okay. Ja, gut, okay. Muss man auch noch. Ich meine, mir ist der öffentliche Rundfunk insofern egal, weil ich mir das nicht angucke. Ja gut, dann zahlst du halt deine Rundfunkgebühren, aber du schaust es dir ja nicht an. Deswegen denkst du dir, okay, unter ferner liefen. Aber es ist halt so, scheinbar schauen noch ziemlich viele öffentlichen Rundfunk. Ziemlich viele. Was mich wundert. Man geht ja immer so von seinem eigenen Lebensstandard aus und so weiter. Und auch, wenn du so nähere, bekannte Verwandte hast, die auch mal alle sagen, im Fernsehen gucke ich gar nicht mehr. Und du denkst dir dann, okay, das ist halt normal in der Gesellschaft. Aber nein, das ist nicht normal. Es gucken immer noch sehr viele öffentlichen Rundfunk und ich sag nur Böhmermann. Böhmermann allein reicht ja schon. Das ist ja Katastrophe, hoch 10. Auch wenn er vielleicht mal eine oder andere gute Sendung hat. Aber, wie Alicia Joe selber in ihrem Video schon sagte, wie viele Leute sind bei ihm auch Nazi? Das ist irre. ob ich nicht dachte àfrdad, aber ich bin Podcast für über Katastrophe, das ist Tr cubriще, Und ich kann das nicht Ich weiß nicht,